Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute habe ich für euch ein Video, wo es hauptsächlich um Lush-Produkte gehen wird, denn die habe ich im Moment für mich entdeckt. Die sind meine absoluten Favoriten und die würde ich euch heute gerne zeigen. Zusätzlich zeige ich euch noch einen Duft, der bei mir neu eingezogen ist. Also wenn ihr Lust habt, bleibt bitte gerne dran und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, vielleicht überlegt ihr es euch und abonniert meinen Kanal. Mich würde sehr freuen, euch hier zu begrüßen. Und ich denke, wir legen los. Ich würde gerne mit dem Duft anfangen, den ich mir zugelegt habe, denn das ist das einzige Produkt, was nicht aus dem Hause Lush kommt. Und zwar ist es der Tom Ford Kaffee Rose. Das ist der Release aus diesem Jahr und ehrlich gesagt, ich habe den eher zufällig probiert, weil ich kenne den Kaffee Rose von früher und obwohl ich gelesen habe, die hätten ihn nicht reformuliert, für mich ist es ein ganz anderer Duft. Also der hat mit dem alten Kaffee Rose nichts zu tun. Die Liebhaber von dem alten, könnte ich mir vorstellen, würden den nicht mögen. Ich hatte den Kaffee Rose nicht. Es war nicht ganz meins. Für meinen Geschmack war es ein bisschen zu viel Kaffee. Hier ist jetzt für mich kaum Kaffee zu spüren. Mein Mann riecht hier Kaffee raus. Ich persönlich rieche ihn so gut wie gar nicht. Trotzdem, ich habe mich verliebt. Ich habe den Gerochen probiert und sofort gekauft. Das ist ein blumig würziger Duft und hier geht es für mich durch und durch um die Rose. Wer Rose nicht mag, wird diesen Duft definitiv nicht wirklich mögen. Wir haben Rose, wir haben Koriander und das gibt ihm wirklich so diese würzige, also das ist so eine würzige Rose. Aber es ist nicht nur würzig, sondern er ist auch irgendwie seifig, für meine Nase zumindest. Ylang Ylang ist drin, was ihm so eine leichte, leichte Tropik gibt, finde ich, also nehme ich so wahr. Patchouli, Sandelholz, Weihrauch, Kardamom und Kaffee. Für mich ist dieser Duft irgendwie von allem etwas. Es ist ein Potpourri von wirklich toller Rose. Es ist so ein bisschen so würziger Koriander. Es ist Ylang Ylang, was ihm diese spezielle, ja für mich so ein bisschen Richtung tropik, aber doch nicht wirklich. Ich rieche eine gewisse Seifigkeit in dem Duft und das Sandelholz mit dem Weihrauch geben ihm so für mich diese Ecken und Kanten. Für mich ist es keineswegs ein langweiliger Rosenduft, sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Ich finde den wahnsinnig spektakulär. Für mich ist das absoluter Suchtfaktor. Seit ich ihn gekauft habe, nutze ich ihn, also wirklich. Ich habe ihn jetzt ein paar Tage am Stück getragen. Ich finde die Haltbarkeit sehr gut für einen Tom Ford. Ich finde sie sehr gut. Also man kann so zwischen sechs und acht Stunden, je nach Sprühern, kommt ihr absolut hin. Und der projiziert, der ist da. Ich finde, das ist ein absolut tauglicher Alltagsduft. Kann ein Signature sein. Ich finde auch nicht, dass der jetzt unbedingt nur in den Winter oder in den Herbst gehört, sondern den kann man super das ganze Jahr übertragen. Ich finde einen bombeneuen Release. Ich habe mich total verliebt in den Duft. Ich glaube, das ist so einer dieser Düfte, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, die, die Café Rose von früher sehr geliebt haben, die werden enttäuscht sein. Die werden den wahrscheinlich nicht schätzen können. Aber anders für mich. Ich liebe ihn. Wie gesagt, ich kann den nur weiterempfehlen. Probiert ihn. Es lohnt sich wirklich. Ich trage den wahnsinnig gerne und eigentlich mag den jeder an mir. Weil ich finde einfach dieses Zusammenspiel von und Rose und Tropik und Würzigkeit macht ihn zu so einem Allrounder und Immergär. Für mich ein Immergär. Ich mag Rose. Ich mag würzige Düfte. Bombe. Café Rose von Tom Ford. Auch wenn viele wahrscheinlich nicht meiner Meinung sein werden. Ich finde den richtig mega. Jetzt kommen wir zu Lasch und zum Parfum, was ich aus dem Haus gekauft habe. Und das ist relativ neu in meiner Sammlung. War auch so ein Ich habe es gerochen. Ich musste den haben. An dem Tag hatten die nur die kleinen Flaschen da. Deswegen habe ich die Ausnahme gemacht und habe ein bisschen gewartet. Aber zwei Tage später war die große Flasche da und dann habe ich ihn gekauft. Es geht um Turmeric Latte. Allein schon die Farbe von dem Parfum verspricht schon viel. Aber ich muss euch echt sagen, ich kenne Lasch seit Jahren. Es ist für mich jetzt nichts Neues. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mit den Produkten nicht viel gearbeitet. Ich habe sehr wenig ausprobiert. Und ich spoiler jetzt schon. Ich bin glaube ich ein riesengroßer Fan von Lasch. Weil jedes Produkt, was ich jetzt hier zu Hause habe und getestet habe, Leute sind 10 von 10. Und ich glaube davon werde ich auch nicht mehr wegkommen. Alle Produkte, die jetzt hier vor mir stehen, werde ich denke ich für immer benutzen. Das wird mein Stable sein. So sehr liebe ich die Produkte. Jetzt erstmal Turmeric Latte. Ich trage den Duft heute und auch gestern. Oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Für die Gourmandliebhaber da draußen. Wenn ihr Angel Cher liebt von Kilian. So eine wirklich süße Vanille mit Benzoe, Tonkabohne und sehr viel warmer, teurer Vanille. Der Duft riecht, finde ich, wie ein Nischenduft. Er performt wie ein Nischenduft. Mein Mann riecht egal, was ich benutze. Wenn ich den hier benutze, sagt er, dein Duft übertönt alles. Noch was will ich euch sagen. Seit ich die Lasch Produkte benutze und ich werde euch hier jetzt alles zeigen und Duschgels und Body Mists und Haarshampoo, Haar Conditioner, Body Lotion. Ich habe noch nie so viele Fragen bekommen, was ich an mir habe, wie seit ich diese Produkte benutze. Also für alle die von euch. Immer so, hm, irgendwie keiner riecht mich. Probiert bitte die Sachen von Lasch aus. Besonders die, die ich euch heute zeige. Ich habe noch mehr und werde definitiv ein paar Sachen, werden noch bei mir einziehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber das, was ihr heute sehen werdet, ist eine absolute Top-Empfehlung. Und dieser Duft hat mich umgehauen. Wie gesagt, Performance, der hält am nächsten Tag noch. So stark ist der. Der riecht edel, der riecht teuer. Der hat so eine warme, ummantelnde Vanille. Und wirklich dieses Benzoe gibt ihm so fast schon eine sirupartige Textur und der ist ein Siage-Monster. Ganz egal, wer irgendwas tragen wird, mit dem werdet ihr den Raum einnehmen. Komplett. Diesen Duft nicht zu riechen an irgendjemanden ist unmöglich. Und ich finde den auch sehr einzigartig. Wenn ihr den einmal gerochen habt, werdet ihr ihn immer wieder erkennen. Der ist sehr speziell und wirklich vergleichbar mit Nischendüften, die ich habe. Und ich muss sagen, von der Performance teilweise besser als Nischendüfte, die ich habe. Die haben sehr gute Düfte, Leute. Ich finde, Lush ist total underrated. Und mit diesem Video möchte ich das hoffentlich heute ändern. Probiert es bitte aus. Es ist der Wahnsinn. Also besonders hier. Turmeric Latte. Ich habe noch was anderes mit diesem Duft. Es kommt aber später erst. Ein Körperprodukt. Aber der Duft, ich kann euch nur sagen, 10 von 10. Männer, Frauen, absoluter Unisex-Duft. Mein Mann hat den benutzt. Die ganze Wohnung riecht danach. Wirklich. Der ist wirklich so ein schöner, winterlicher, herbstlicher Gourmand zum Einkuscheln. Sexy. Auf seine Art und Weise. Der hat einen sexy Unterton. Definitiv. Und wenn ihr so Angel Share by Kilian mögt, schaut euch den an. Turmeric Latte. Die Produkte werden alle in der Infobox bei mir aufgeführt sein. Wegen den Namen. Also macht euch da keine Sorgen. Ich empfehle den hundertprozentig. Habt ihr den noch nicht probiert? Habt ihr geschlafen? Genauso wie ich übrigens auch. Also Turmeric Latte von Lush. Jetzt habe ich drei Body Mists. Ich glaube, einen davon kennt ihr von mir schon. Den habe ich, von dem habe ich schon mal erzählt. Den habe ich auch seit längerem in meiner Sammlung. Und zwar ist das das Sakura. Ja. Die Flaschen sehen aus wie eine Febrés-Flasche. Mich stört das aber nicht. Weil, ich sage euch ehrlich, die Body Mists von Lush sind Game Changer. Für mich. Absolute Game Changer. Ich liebe Sol de Janeiro. Das wisst ihr. Ich habe jeden Duft von den Sol de Janeros. Aber, wenn es um Haltbarkeit, Sillage und Projektion geht, sind die Lush Body Mists die Besten. Das sind Parfums für mich. Das sind keine Body Mists. Die halten den ganzen Tag. Auf Klamotten hält das über Wochen. Ja, besonders einen, den ich euch gleich zeigen werde. Der Sakura ist ein frisch blumiger Duft mit Jasmin, Mimose, Orangenblüte, Zitrone. Ja, genau. Ich sprühe den Grat nochmal. So ein bisschen hier. Er ist wirklich, er ist sehr floral und so lemony. Also wirklich so zitronig frisch. Der, ich habe, ich benutze den wahnsinnig gerne im Sommer. Und der hat so eine krasse Haltbarkeit. Leute, der hält und hält und hält. Ihr habt eine Sillage mit dem. Die ganze Wohnung. Ich habe jetzt einmal gesprüht. Das wird heute den ganzen Abend hier weiter riechen. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Duftnoten jetzt selber. Also wer florale, zitrische Düfte nicht mag, wird den halt nicht mögen. Aus diesen Gründen. Aber sonst. Ich finde den genial. Ich finde den genial. Er ist nicht mein Liebster. Er ist mein Drittliebster von meinen dreien. Deswegen zeige ich ihn zuerst. Aber Sillage, Haltbarkeit 10 von 10. Das ist wie Kleber. Und mich stören die Flaschen nicht, weil, wie gesagt, die Performance überzeugt mich. Die Düfte überzeugen mich. Und ja, Sakura, probiert die aus. Irgendein Duft wird euch gefallen. Die haben wahnsinnig viele Varianten. Für jede, für jeden Geschmack wird was dabei sein. Und die sind alle durch die Bank weg von der Performance mega. Der eine hält ein bisschen länger, der andere ein bisschen weniger. Aber der hier hält Bombe. Sakura. Den nächsten, den ich habe, den habe ich so einfach probiert und auch direkt von der Bank weg gekauft. Und zwar ist es Sexbomb. Das ist ein frischblumiger Duft. Und er hat Jasmin, Moschus, Muskat, Salbei und Ylang-Ylang. Es ist jetzt so ein bisschen nichtssagend, finde ich, von den Duftnoten. Ich hätte mir da jetzt nicht unbedingt... Oh Gott, Leute, der ist so gut. Der ist wirklich sehr sexy, aber auf eine frische Art und Weise. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein frischer Duft sexy sein kann. Kann der aber. Das ist absolut Unisex. Ich finde, ich kann mir den an einem Mann auch wahnsinnig gut vorstellen. Nicht, dass er sehr maskulin wäre, aber es würde auch... Ich sehe es auch an einem Mann. Der ist wirklich so sexy. Muskat rieche ich ziemlich prominent raus. Jasmin und Moschus. Der Moschus gibt ihm diese frische Airiness. Das ist so ein Immer-Ger. Der passt wirklich zu allen frischen Düften, wenn ihr es noch mit einem Parfum layern wollt. Ich muss allerdings sagen, die Body Mists von Lush braucht man nicht mehr unbedingt layern, weil die sind Bombe einfach. Die sind für mich wie Parfums. Die performen wie Parfums, die halten wie Parfums teilweise besser. Besser als manchen anderer Duft von mir. Ich bin verliebt in diesen Duft. Ich bin absolut verliebt. Und ich erzähle euch die Geschichte mit diesem Duft. Ich habe, als ich den gekauft habe, mir den aufgesprüht im Lush Store. Habe aber dann auch noch andere Sachen ausprobiert. Es war irgendwie so ein Mischmasch. Und danach bin ich mit meiner Tochter zu H&M und habe Klamotten für sie gekauft. Und die Frau an der Kasse hat mich auf Knien angebettelt. Und mir bitte zu verraten, was ich an mir habe. Und ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, ich war gerade bei Lush. Ich habe so viel ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau riechen. Und er meinte so, egal, schreiben Sie mir alles auf, was Sie da ausprobiert haben. Und dann gehe ich. Und dann gucke ich und dann suche ich. Also hauptsächlich, glaube ich, war es der hier. Weil davon habe ich mir wirklich ziemlich viel draufgesprüht, weil ich den so toll fand. Und ich bin wirklich so, so glücklich über diesen Kauf. Leute, ich bin echt emotional. Ich finde dieses Lush-Zeug einfach nur der Wahnsinn. Ich kann nicht sagen als, geht bitte, probiert es aus. Verschlaft es nicht. Denn es ist wirklich besser als manch anderes Parfümhaus. Es ist einfach meine Meinung. Sexbomb. Nur zu empfehlen, probiert es aus. Wie gesagt, es gibt noch sehr viele andere. Ich habe auch noch so zwei, drei, die bei mir auch noch einziehen werden. Ich kann aber nicht alles auf einmal kaufen. Will ich auch nicht. Ich will erst mal so genießen, was ich habe. Aber Sexbomb ist genial. Die Haltbarkeit von ihm ist nicht ganz so wie vom Sakura und von dem Nächsten, was ich euch zeigen werde. Weil er wirklich sehr frisch ist. Aber ich würde jetzt mal so sagen, fünf, sechs Stunden, gar kein Problem. Auf den Klamotten hält er lange. Aber ich rede jetzt so von der Haut. Und wenn ihr den übersprüht, was ihr könnt. Ihr habt da hier 200 Milliliter, glaube ich, drin. Genau. Man kann da auch mal ein bisschen mehr sprühen. Und dieser Mist, der da rauskommt, der kommt so schön da raus. Dass ihr wirklich komplett eingenebelt seid. Absolute Kaufempfehlung von mir. Sexbomb von Lush. Und jetzt das Highlight von den Body Sprays. Das, wo ich echt sage, wenn ihr Gourmandige Düfte liebt. Wenn ihr wirklich sowas liebt wie butteriges Popcorn, Karamell, Vanille, Salty Caramel. Dürft ihr den nicht verpassen. Leute, bitte versprecht mir, dass ihr ihn probiert. Alle Gourmandliebhaber da draußen. Let the good times roll. Mein Gott. Also der war der, der mich umgehauen hat. Mein Mann hat das sofort an mir gerochen. Meint so, was hattest du gestern? Weil er hat mich erst am nächsten Tag darauf angesprochen. Was hattest du da gestern drauf? Das war, ich habe ich gefragt, nicht gut. Und er so, doch, der war genial. Das war, let the good times roll. Das ist so ein Biest. Das ist so ein Haltbarkeits. Gott, das kann ich euch mit Worten nicht beschreiben. Der hält über zwei Tage. Also ich habe den drauf gehabt und ich konnte zwei Tage keinen anderen Duft nehmen, weil der so wirklich noch auf der Haut lag. Wirklich immer noch eine Siage hatte. Ich habe mich selber gerochen und ich finde, das ist das beste Bodyspray, was ich je, je probiert habe. Und es riecht wirklich nach Karamell, nach Popcorn, aber edel. Es ist nicht dieses quietschige, wo ich jetzt sage, das ist nur was für Teenies oder wisst ihr, was ich meine? Der hat am Anfang noch so eine leichte Rumnote. Die verfliegt dann mit der Zeit, aber das ist so schön. Leute, er ist so schön. Unbeschreiblich schön. Seid ihr Gourmandliebhaber? Liebt ihr dieses Popcorn? Karamell? Süß? Mit einer Bombenhaltbarkeit? Hier werdet ihr niemanden haben, der euch nicht riechen wird. Das verspreche ich euch. Hoch und heilig. Weil den jeder, jeder an mir riecht. Jeder und jeder ist positiv. Oh, was riecht ihr so gut? Was riecht ihr so lecker? Gerade jetzt, Herbst, Winter. Tausend von zehn. Leute. Gott, der ist so mega. Ich kann das sogar noch nicht mal so richtig beschreiben. Es ist kein, weiß ich nicht, ich habe Popcorn-Düfte, aber der hier ist nochmal ganz was anderes. Lasst euch nicht von dieser Flasche bitte irritieren. Probiert diesen Duft. Ich kann davon nicht mehr schwärmen. Das ist wirklich, das ist Top Ten for Life, Leute. Top Ten for Life und es ist ein Body Spray. Ich liebe Sol de Janeiro. Das Chirosa 62. Was ein bisschen anders ist, ist es, ja, aber es geht in diese Richtung. Aber der hier, der hält euch zwei Tage. Das Sol de Janeiro ist nach ein paar Stunden verflogen. Wissen wir alle. Der hier nicht. Probiert ihn bitte, bitte aus, wenn ihr solche Düfte mögt. Mega. Einfach nur mega. Düftemäßig sind wir jetzt erstmal soweit durch. Jetzt zeige ich euch noch Sachen, die ich gekauft habe, probiert habe und von denen ich absolut überzeugt bin. Das erste, was ich euch zeigen muss, ist ein Duschgel. Und wenn ihr die Größe von der Flasche sehen werdet, werdet ihr schon verstehen, wie sehr ich ihn mag. Und zwar heißt er Sticky Dates. Als ich das gerochen habe, ich konnte meiner Nase nicht glauben, was ich da rieche. Leute, Dattelsirup. Oh Gott, ich rieche auch ein bisschen Schokolade, Vanille und Sandelholz. Da will man sich einfach nur reinlegen. Mir hat Duschen und Baden noch nie so viel Spaß gemacht, seit ich das hier habe. Mein Gott. Also wenn ihr wirklich süß, so Dattelsüß, Sandelholz und sehr viel Vanille, warm, das ist wirklich Sirup. Auch die Konsistenz von dem Duschgel ist wie ein Sirup. Das riecht, das ganze Bad riecht. Wenn ihr rauskommt, riecht ihr nach diesem wirklich angenehmen Dattelschokoladen-Vanille-Gemisch. Und wenn ihr dann, let the good times roll, drüber geht, Leute, das ist ein Match made in Heaven. Gourmand, siebter Himmel. Wirklich. Probiert es aus. Es gibt kleine Flaschen. Ihr könnt sogar zu Lush gehen und die geben euch Sachen zum Probieren. Probieren Größen und dann könnt ihr durchprobieren. Als ich den gerochen habe, musste ich nichts mehr testen, weil ich wusste, das muss ich kaufen. Und ich weiß nicht, ob ein anderes Duschgel nach diesem irgendwie noch eine Chance bei mir hat. Mal gucken. Ich habe direkt die große Flasche mitgenommen. Es war für mich überhaupt gar keine Frage. Sticky Dates, wenn ihr noch ein schönes Duschgel sucht. Bombe. Und dann habe ich eins mitgenommen. Ich habe aber erst die ganz kleine Größe mitgenommen, weil ich fand das so spektakulär spannend. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich liebe frisch gemähtes Gras. Dieser Duft ist für mich einfach so Kindheitserinnerungen. Ich rieche so wahnsinnig gerne, wenn gemähtes Gras draußen liegt. Und genau das haben die eingefangen in einem Duschgel. Und zwar heißt es Gras. Oh, surprise. Und es ist wirklich frisch gemähter Rasen. Als würdet ihr am Rasen riechen. Und so ganz frisch, grün, saftig. So riecht das. Und ich wusste jetzt nicht, ist das cool, sich damit zu duschen? Also rieche ich da nur gerne dran? Wie wird das sein? Ich habe den noch nicht ausprobiert. Aber der Duft, wenn es noch jemanden da draußen gibt, der frisch gemähtes Gras so liebt wie ich, schaut euch das Gras mal an von Lush. Ich fand das mega. Mein Mann kann damit nicht so viel anfangen. Der mag aber auch den Geruch halt eben nicht so wie ich von diesem frisch gemähten Gras. Habe ich mir gegönnt. Wir werden es ausprobieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber der Duft ist Bombe. Ich konnte mich da so schwer entscheiden, weil eins ist besser als das andere. Und es gibt noch so viele Sachen, die ich noch probieren will. Dann möchte ich euch noch was zeigen. Wenn ihr Dusch-Peelings zu Hause habt, lasst die einfach alle weg. Ich habe etwas entdeckt, was tausendmal genialer ist. Und zwar, also ich zeige euch das mal. Das kommt hier in so einer Dose, in so einer Alu-Dose. Und das ist so eine kleine Biene. Scrubby heißt die. Und diese Biene ist ein Peeling mit einer Body Lotion in einem. Das heißt, ihr nehmt das und nehmt es wie ein Peeling und ihr seid danach schon eingecremt. Das Beste ist, oh Gott, das riecht. Leute, ich würde es am liebsten reinbeißen. Das riecht so nach weißer Schokolade, Honig, Kakaobutter, Kokosnuss und Mandel. Also da sind auch geriebene Mandeln und Kokosnussschalen drin, so als Peeling-Effekt, ne. Aber der Geruch danach, wenn ihr das benutzt. Die Haut ist wie Seide. Einfach nur wie Seide. Ich habe so viele Peelings, ich habe die jetzt alle aussortiert, denn das schlägt sie alle. Und ich bin danach gepielt und eingecremt, ja. Ja, ich kann euch die nur empfehlen. Süß ist sie auch. Ja, Scrubby heißt die. Und probiert das aus, Leute. Es ist das Beste hier in der Schweiz. Ich kenne die Preise in Deutschland nicht. Kostet so eine 17 Franken, glaube ich, ungefähr. Hält euch aber wahnsinnig lange, ja. Und ja, das ist Scrubby. Für mich war es was ganz Neues. Ich habe noch nie eine Peeling in fester Form mit einem Body-Lotion-Effekt in einem gehabt. Ich bin großer, großer Fan davon. Probiert es mal aus, wenn ihr noch irgendetwas in diese Richtung sucht. Jetzt habe ich für euch noch Haarprodukte. Und da muss ich wirklich sagen, diese zwei Produkte haben mein Leben verändert. Komplett. Meine Haare waren noch nie so voluminös, so glänzend. Und ich habe normalerweise, habe ich schon sehr plattes Haar. Ich muss immer irgendwie Schaumfestiger noch reinmachen, dass die irgendwie sitzen. Ich habe jetzt nichts in meinen Haaren. Gar nichts. Ich habe sie nur gewaschen und habe einen Conditioner reingegeben. Und zwar von Lush. Und ja, für mich ist es life-changing. Ich werde nichts anderes mehr benutzen. Das werden meine zwei Produkte sein. Das Shampoo, was ich benutze, ist Big. Das ist ein Meersalz-Shampoo. Und ich sage es direkt vorweg. Als ich das aufgemacht habe, war ich ein bisschen erschrocken. Denn die Konsistenz von dem Shampoo, es hat Salzpartikel. Grobe Salzpartikel. Es schäumt aber sehr und diese Salzpartikel lösen sich mit der Zeit auf und es bleibt nichts im Haar. Also keine Angst. Aber wenn ihr merken werdet, wie euer Haar sich verändert nach dem Shampoo, werdet ihr nichts anderes mehr benutzen. Glaubt mir. Wenn ihr plattes, feines Haar habt, ist das für euch. Ich zeige euch das mal. Ich denke, man sieht das. Ich habe hier so ein paar grobe Körnchen auch drauf. Da könnt ihr das auch mal sehen. Ja, das sind wirklich so Partikel drin. Aber es schäumt wie ein Shampoo. Wenn ihr das mit Wasser schäumt, es richtig auf. Und ich war sprachlos. Ich war sprachlos. Mein Mann hat auch zu mir gesagt, deine Haare waren noch nie so schön. Und ich habe nichts im Haar. Außer diesem Shampoo. Und natürlich nicht nur dieses Shampoo. Ich muss mich mal kurz einmal zumachen. Sondern jetzt kommt der zweite Knaller. Die Super Milk. Das ist ein Leave-In Conditioner. Leute, was kann ich euch zu diesem Produkt sagen? Das riecht nach Mandelmilch, Kokosmilch, Hafermilch, Zitronensaft, Tonkabohne und Vanille. Also kurz gesagt, der Himmel auf Erden. Aber nicht nur, dass es zwei, drei Tage im Haar riecht. Also mein Haar ist jetzt den zweiten Tag und es riecht, ich habe eine richtige Wolke um mich rum. Ja, es riecht immer noch danach. Das ist so intensiv. Ich glaube, für den einen oder anderen wird es vielleicht zu duftintensiv sein, tatsächlich. Aber die zwei zusammen, die sind ähnlich vom Duft her. Ist einfach das Non Plus Ultra. Also wie gesagt, für feines Haar. Die haben auch für Locken und so weiter. Dazu kann ich nichts sagen zu den Shampoos. Aber das hier für feines Haar, tut mir leid, 200 von 10. Ja, life-changing. Das hat mein Leben verändert. Ich würde nie wieder ein anderes Shampoo anpacken. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich werde nicht von Lush bezahlt oder so. Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Nein, nein, ich habe das alles selber gekauft, ausprobiert. Und ich kann euch nur sagen, life-changing. Big heißt das. Und die Supermilk Haare, das ist ja nicht nur ein Leave-in-Conditioner. Es ist auch ein Hitzeschutz. Wie gesagt, es ist ein Haarparfüm, ein Hitzeschutz, ein Conditioner. Alles in einem. Und diesen Duft, wenn ihr den einmal gerochen habt, werdet ihr nie wieder was anderes benutzen wollen. Es ist sehr teuer, Leute. Ich sage es dazu. Es ist sauteuer. Mir hat das wehgetan. Es ist eine große Flasche. Aber ich denke, das wird mir sehr lange reichen. Ich nehme so vier, fünf Sprühstöße in meine Hand. und verteile das dann so in meinen Haaren. An den Ansatz mache ich es nicht, sondern eher so ab hier so ungefähr. Und mein absolutes Lieblingsprodukt. Ich weiß, es war eine Weile sehr gehypt auf TikTok, glaube ich, und auch so insgesamt. Aber es ist den Hype wert. Es ist den Hype wert. Das Zeug ist alles wert. Ich würde es jederzeit, es wird immer wieder nachgekauft. Ich werde mir dieses Jahr zu Weihnachten auch Backups wünschen, weil das ist das, was ich am besten gebrauchen kann. Und ja, Super Milk heißt das gute Stück. Und ja, einfach nur Bombe. Ich habe gehört, es soll jetzt ein Parfüm davon geben. Und sollte das als Parfüm rauskommen, ist Jenny die erste in line und kauft das. Weil der Duft, wenn ihr den einmal probiert habt, der ist einfach nur Bombe. So, genug geschwärmt? Und ich glaube schon, ich kann mir heute so ein bisschen frostwürdig Werbung für Lush machen. Tue ich wirklich nicht, Leute. Ich finde die Produkte einfach nur bombastisch gut. Ich will sie mit euch teilen, weil ihr oft wissen wollt, so von mir Body, ne, Sachen auch für den Körper und so weiter. Deswegen zeige ich euch das. Und jetzt habe ich etwas, was für mich zum Beispiel was ganz Neues war. Kommt in so einer Alubox und ist eine festes, ja, ich würde sagen Körperöl fast schon. Also so sieht das aus, wie so eine Seife. Ja, das ist so ein Massagebar. Und ja, Massagebar steht auch drauf. Und ich habe das in dem Duft Tumeric Latte. Genauso wie der Duft. Also es riecht gleich. Es riecht natürlich nicht so intensiv wie der Duft. Natürlich nicht. Aber das ist der absolute Wahnsinn. Also ihr nehmt das. Ich zeige euch das hier mal. Ich hoffe, die Kamera fängt das gleich ein. Wenn ihr euch damit einmassiert, habt ihr ein Glow, als hättet ihr ein Öl auf eurer Haut. Ich weiß nicht. Ich probiere es mal auf meiner Hand. Vielleicht kann ich euch das dann besser zeigen. Also im Prinzip die Körperwärme. Ich bin jetzt auch sehr kalt, weil bei uns ist es hier sehr kühl. Und deswegen, es reagiert mit der Körperwärme. Und, oh Gott, riecht Bombe. Und ihr habt, ihr seht es ein bisschen. Also das macht einen wahnsinnig tollen Glow. Wenn ihr nach dem Baden euer Körper erwärmt ist. Aber ich glaube, man sieht es jetzt so ein bisschen an der Schulter, wie es reflektiert. Das ist eine Granate. Und dieser Duft, ihr riecht wirklich wie nach einer gut parfümierten Bodylotion. Ihr braucht nicht viel davon. Und der Duft ist Bombe. Ich liebe einfach diesen Tumeric Latte. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Duftrichtungen. Für mich war aber klar, ich möchte das. Und das war was Neues. Eine feste Bodylotion. Ich finde das eigentlich sehr angenehm. Trägt sich sehr angenehm auf die Haut auf. Ihr habt ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut. Es klebt nicht. Es bappt nicht an Klamotten oder irgendwie sowas. Und der Duft. Der Duft ist Bombe. Ein letztes Produkt. Und das empfehle ich allen, die gut schlafen möchten. Ich habe ehrlich gedacht, so am Anfang so gedacht, komm, nehmen wir mal mit. Wird sowieso nichts bringen. Aber heute, nach ein paar Tagen damit, kann ich sagen, bei mir wirkt es Wunder. Deswegen werde ich es euch an euch weitergeben. Und zwar ist es die Bodylotion Sleepy. Wie der Name schon sagt, ihr werdet sehr gut damit schlafen. Das ist eine Lavendel Bodylotion, die es in sich hat. Es ist Lavendel, Tonka, Hafermilch und Ylang Ylang. Der Duft, würde ich sagen, ist ziemlich neutral. Er ist jetzt nicht overpowering oder sowas. Aber der Effekt von ihm. Ich schmiere mir den grundsätzlich auf die Schultern, aufs Dekolleté und auf die Hände bis zum Ellbogen. Und so gehe ich schlafen. Ich mache das vor dem Schlafen. Ich habe noch nie so ruhig und angenehm geschlummert wie die letzten drei Nächte. Und ich bin der Überzeugung, dass es mit diesem Lavendel zu tun hat. Also wenn ihr, oder einfach nur mal zu Hause relaxen wollt. Ich mache das auch, wenn es irgendwie sehr hektisch ist oder so. Und ich wirklich jetzt sage, Schluss. Ich haue mich jetzt auf die Couch, nehme mir ein Buch, schmeiße meinen Kamin an. Ja, wir haben hier einen Kamin, Leute. Ich liebe es. Und dann lodert das Feuer. Es knistert. Es ist warm. Wir haben so einen Sitzsack davor stehen. Und mein Mann und ich lesen dann was. Es ist genial. Und dann diese Body Lotion. Ja, Netflix und Chill geht genauso. Einfach zum Relaxen und zum Schlafen kann ich euch das nur empfehlen. Gibt auch ganz kleine Größen davon. Das wird euch auch reichen, denn ihr braucht nicht viel. Ich würde das hier nicht für meinen ganzen Körper jetzt benutzen. Also dafür jetzt nicht, sondern ich nehme das wirklich nur zum Relaxen. Und wenn ihr noch jetzt was sucht für die Wintermonate zum Relaxen, zum Chillen, zum, ja, wie ich und mein Mann vielleicht vorm Kamin sitzen und einfach ein schönes Buch lesen oder sowas, empfehle ich euch Sleepy. Die gibt es auch als Duschgel. Kann man natürlich auch machen. Kann man sich duschen und danach sich eincremen. Ich glaube, dann würde man noch besser schlafen. Aber mir hat jetzt die Body Lotion erstmal gereicht. Weil, wenn es um Body Lotion, um Duschgel geht, ist jetzt erstmal Sticky Dates mein Number One. Leute, das waren sie, meine, ja, wirklich suchtmachende Produkte zur Zeit. Ich benutze die rauf und runter. Ich muss auch sagen, ich vernachlässige zur Zeit meine Düfte. Deswegen hier, was ich euch heute gezeigt habe. Weil ich so überzeugt davon bin, es Komplimente hagelt auf der Straße wie noch nie. Mit keinen Düften wurde ich so oft angesprochen wie mit den Lush-Produkten. Ja, ich meine, ihr kennt das auch bestimmt. Wenn ihr da am Laden vorbei geht, riecht es schon aus dem Laden raus. Für die meisten wird es vielleicht auch zu viel sein. Ich liebe es. Ich liebe es und ich gebe es an euch weiter. Ich empfehle euch das von ganzem Herzen. Probiert es ein oder andere aus. Vielleicht kennt ihr auch die ein oder anderen Produkte ja schon, die ich euch heute gezeigt habe. Die, die welche haben, vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was sind denn eure Lieblingsprodukte? Jetzt so Duschgels oder Body Lotions, Body Mists oder vielleicht auch von Lush oder sonst irgendwie. Schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin das Video mit den Designer-Düften, also die besten der besten Designer-Düfte noch am Vorbereiten. Das wird auch in den nächsten Tagen online kommen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.